Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen der Jahrgänge 2020 und 2021 hier an der Otto-von-Guericke-Universität, ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. Diese Videogusbotschaft nehmen wir zum zweiten Mal auf. Wir hatten uns neulich getroffen und haben das draußen auf dem Campus gemacht. Das war ganz toll und wir waren auch noch beschwingt im Glauben, dass wir viele von Ihnen bei den dezentralen Feierlichkeiten in den Fakultäten und dann einige von Ihnen auch abends im Maritim treffen könnten. Leider mussten wir vor zwei Tagen alle Veranstaltungen absagen, die pandemische Lage hier in Sachsen-Anhalt und letztlich auch an der Universität und da vor allem eben auch in dem Sonderfall, dass wir eine Medizinteil als Otto-von-Guericke-Universität haben. Und es ist schwerlich vorstellbar, dass wir im feierlichen Rahmen im Maritim Essen dinieren und am Ende auch feiern, wo hier unser Personal, unsere Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch um Menschenleben kämpfen. Und das waren so die Überlegungen, die dazu geführt haben, das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Es geht überhaupt nicht um die Frage, ob wir diese Veranstaltung mit Ihnen noch begehen wollen. Das wollen wir und das werden wir, sobald es geht, auch wirklich machen und hoffen, dass Sie dann immer noch Lust haben und Verständnis dafür, dass es jetzt einfach nicht passte. Sie haben nämlich unglaublich viel getan. Sie haben nach vielen, vielen Jahren hier an der Uni, auch Jahren ohne Corona zum Glück, in denen wir uns kennengelernt haben, Sie die Stadt kennengelernt haben. Einige von Ihnen sind auch geblieben. Viele sind auch weg und wären jetzt wiedergekommen. Und das wollen wir alles gemeinsam erleben. Und dann machen wir eine ganz, ganz große Party in einem feierlichen Rahmen. Die Fakultäten freuen sich auf Sie. Sie waren einbezogen in die Entscheidung und Sie haben am Ende auch gesagt, wir können das jetzt aktuell nicht so wertschätzen, wie wir das gerne würden. Von daher bleibt uns jetzt nur der Hinweis auf die kleinen Geschenke, die Sie trotzdem kriegen sollen. Der Kompass, der Ihnen dann hoffentlich in ein paar Monaten noch den Weg nach Magdeburg weist. Wir müssen jetzt alle gemeinsam da durch. Das werden wir auch schaffen. Und dann sehen wir uns hier und dann können wir das unbeschwert feiern. Genießen Sie trotzdem im Abschluss den Start in einen neuen Abschnitt, auch wenn er unter vielleicht der schwersten Bedingung im Augenblick gegangen werden muss. Ich hoffe, Sie haben bei uns so viel Rüstzeug mitbekommen, dass Sie das auch packen. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut.